Hallo Leute, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute von Funke die Schising DJF Thunder P1. Ich habe hier einen ganzen Schinken, der aber auch sehr klein ist, muss man sagen. Ich habe ja eigentlich gedacht, dass die Packung größer ist. Ist sie aber nicht. Sehr, sehr schönes Design. Zehn Stück in einer Packung. Dann haben wir hier das alte Logo. Hier habt ihr nochmal DJF. Und ich hole mal kurz einen raus. Das möchte ich euch zeigen. Natürlich auch mit grauer Lunte. Sehr lange graue Lunte. Super verarbeitet. Und wir haben in einer Packung 5 Gramm NEM. Natürlich mit BKS. Und da werden wir jetzt einfach mal ein paar davon testen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin gespannt. Wirklich sehr schöne Böller. Aber das ist ein bisschen wie Cortana oder? Die haben so ähnlich. So ähnlich. So, der erste. Boah. Die Größe. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. 0,5 Gramm. Boah. Die Schnipsel. Wahnsinn. Machen wir jetzt mal 2 auf Schlag. Pippen. Auauauauauau. Das war laut. So, dann machen wir noch einen letzten. Boah. Boah. Ordentlich. Also wirklich schöne Böller. Muss man sagen. Sehr, sehr schön. Sowohl der Knall als auch die Schnipsel. Ihr seht, hier ist nichts mehr übrig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Das war's super, wir machen Wiral. Wir machen hier auf jeden Fall. Ich bin wunderbar. Warumcill Heritageperunion? Wir machen bei den Überschern, Vielen Dank.